Ich mach jetzt mal ein Rackenhieb, Juror. Rackenhieb. Oh, da ist der Wipe. Oh, schade. Wipe- AHHHHHHHHHHHHHHHHH Da ist der Crit. Gut gespielt, Vieh. Das kommt. Ich weiß! Aufzug! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott, Tanja! Oh mein Gott! Es ist ganz nah! Alter! Oh Gott! Ach du Papa, sagst du's? Alter Schwede! Janik! Gut. Warum ist die Frau schon sauer? Janik! Janik ist schon auf der Frau drauf. Janik, geh von der Frau runter! Man kann gar nicht gucken, so schnell als Janik auf dieser Frau drauf. Du Schwein, Janik! Konzentrier dich auf deine Arbeit! Janik! Was soll das? Was? So klein und die nervig und dann sind die... Guck dir doch mal an, der ist voll niedlich! Der ist überhaupt nicht niedlich. Der ist einfach nur eine Abartigkeit von einer... Oh mein Gott! Was ist das? Oh mein Gott! Ehrlich? Du hast völlig gut attackiert! Ich find die süß, Daniel! Ich find die süß! Oh mein Gott! Es ist... Was ist das? Elefantenspuck? Das ist Elefant... Alter, das kann man richtig gut! Was geht denn da ab, Alter? Scheiße, die Indie-Sun, Alter! Fuck, fuck, fuck! Haben wir noch Games dabei? Haben wir die noch? Keins mehr? Gar nichts mehr? Gar keine mehr? Gar keine Games mehr? Zwei noch? Boah, die werden jetzt ultramäßig gefickter! Indie-Sun sieht man auch nicht an den Tagen! Tagen? Haben wir noch Games? Zwei noch? Aufhören! Dann kündige ich! Haben wir noch Games? Zwei noch? Wo muss ich hin? Ah, schön! Ich bin so lost gerade! Warte, ich helf dir ganz kurz! Bleib mal ganz ab da! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!